Etwas ist schöner als nichts und du bist alles für mich. Etwas ist schöner als nichts und du bist alles für mich. Hallo Leute! Alles klar? Ihr wisst, worum es hier geht, hier und heute. Ja, es geht um Liebe. Leute, liebe Leute, um Liebe geht es heute. Also sag, küsst ihr gut? Soweit okay. Sag einfach. Na gut. Kiki, du bist so unniederlich. Sieh doch, du gehst da drüber und geh nur noch, okay? Kiki! Kommst du zum Samstagabend zum Klassenfest um sechs Uhr? Wir haben zu wenig Jungs. Wahrscheinlich. Mal schauen, wenn nichts dazwischen kommt. Wenn du keine Lust hast, wirst du natürlich nicht kommen. Tschüss. Tschüss. Ob ich komme. Hast du wirklich was von mir will? Da drüben wohne ich. In dem Haus? Und da drüben kommt auch schon mein Bruder. Also dann tschüss. Tschüss. Bis dann. Besuch. Paula, schätzchen. Ein Schulkamerad von Paula, richtig? Ja. Die ist sehr klasse. Nicht direkt. Paul geht in die Hauptschule. Aber ich möchte ins Gymnasium wechseln, wenn's klappt. Und wovon ich das hab? Ob ich's schaffe, muss ich machen. Bleib halt dran. Liebeslaube, was? Genau. Bah! Schnippchen! Paula, nicht bewegen. Da sitzt einer auf deiner Schulze. Bah! Paula, ich bin getroffen. Ich werde sterben. Paul, komm schon. Paul! Und vergesst nicht. Ich bin immer für euch da. Ich weiß nicht, Hilfe braucht. Hilfe. Hilfe. Paul! Was ist los? Ich schäme mich ein bisschen. Kein Wunder. Oh! Wichtig, Samutose. Voll so viel Neu... Ich denke, wir lassen uns gerade erst kennenlernen. Wollen wir weitermachen? Und kennenlernen? Wollen wir? Macht's gut! Das ist das Ende der Geschichte, der Geschichte von Paula und Paul und deren Liebe. Sie haben eine Menge wichtige Erfahrungen gemacht. Und nun machen sie es gemeinsam und mit bedacht. Doch alles haben sie so zum ersten Mal erlebt. Es war ihre erste Liebe. Deine Frau, ich liebe es euch ... Es war ihre Strecke, die schon abzuwenden Zeitung. Ich bin einiger Satz.